kommt man ja gar nicht rein kann man da hochklettern das ding kaputt geschossen dann gucken wir mal dafür da kommen wir aber nicht rüber wir können auf jeden fall aber mal ach das ist das ding wo wir nicht hochgehen konnten vorhin dann gehen wir mal darüber alter das müssen sogar runter und dadurch krabbeln aber dann haben wir hier schon mal priori bringen wir das zudem mal mal sehen was hier drüben ist ich schon die kiste eine kurze kletterpartie was das sollte sie mal versuchen was du verdammt dainer willst du einen krater aus meinem schädel machen krater geil fokuhila den müssen wir uns natürlich angucken ne ohja wie schick alter wie schick ach komm wir machen jetzt mal total verrückt da fokuhila so irgendeinen fiesen bart das ist wie so ein schalke fan der junge ja komm geil ach du meine güte gut dass ich zu klein war als diese frise in war ja definitiv ja gut im ruhrgebiet gibt es gegenden da ist das immer noch modern geil okay mal irgendwas beklopptes also noch bekloppte was gehen hier für geräusche probiert jemand seinen motor zu starten ist eigentlich nichts cooles dabei dann lass uns lieber das hemmt dann wahrscheinlich auch nichts gescheites dabei irgendwas blödes alle vermisst du so laut musik was machen die da draußen essen cray na komm lassen wir das so also hose haben wir ja schon die ist ja schon in ordnung so lassen wir uns so alter was sieht das aus was sieht das aus so aber mehr können wir jetzt hier auch nicht tun wow zurück 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 warum ist hier noch eins wäre das so ein alter nötiger weg gewesen wir gucken mal wir gehen den normalen weg zurück da hat alles atze gespielt mit dem kiosk jawohl so geil das war eine richtig coole serie stimme der in essen und die gespielte so dann so mal das andere gerüchte was ist denn das andere gerüchte und wo ist das enthülle das geheimnis der schlucht ich vermute mal fast das war das hier wo wir darum gekrabbelt sind da oben ich wollte gar nicht unter warum kann man darunter krabbeln und da kann man darüber springen coole abkürzung würde ich mal behaupten alter ich habe gerade voller schock ich dachte wir fallen in den tod ich muss meinen geist freimachen ja vielleicht können wir die macht noch ein bisschen auf das war dann die bombe darum schießen können so macht macht nix telekinese unerbitterlicher magnet halte lt um auch die stärksten gegner mit der größten macht resistenz zu beeinflussen ja massenschmettern kraft schmettern zeig mal ach so starkes heben alter dann können wir bestimmt noch die die eine kiste in der alten kammer bewegen okay wir müssen tatsächlich macht aufleveln schwerkraft meisterschaft erhöht radius von hoch schießen des heben und massenschmettern bitte ach so ja dann sollten wir doch mal aber dafür brauchen wir das mach halt mal wir haben es schon gesehen dafür brauchen wir nochmal zwei okay okay was ist hier überlegenes festhalten heißt was verlängert die dauer von verlangsamen bei gegnern zusätzlich ach so okay wir brauchen noch einen punkt und dann können wir mal das schwere heben nehmen vielleicht bringt das was so ähm zu dem Vieh ich wollte Boss oh B2 D2 ja ne ist klar so ich würde jetzt gerne hoch zu dem Vieh und nicht runter in die Stadt äh wie sind wir denn da hingekommen am Anfang des Spiels wir sind wieder hochgekommen waren wir überhaupt da oben hier anscheinend ne sind wir da drüben lang ja komm gehen wir da mal hin ooooh oder fast runtergefallen aber nur fast ich sehe das ein Teil wo wir genau das hat mal weggespringt damit der Weg da runter geht also wir brauchen definitiv die Bombe da oben da geht kein Weg dran vorbei guck mal hier bräuchten wir auch eine Bombe was kriegen wir die denn her wahrscheinlich von der anderen Seite würde ich mal behaupten ne ich will zu dem Vieh untersuche die Schlucht könnte auch diese Schlucht sein ne ich muss nächste Woche zum Service ich habe die 15.000 boah schon fast voll ja ich bin auch schon äh zehn Tage drüber über meinem Service aber nachdem ich mich mal erkundigt habe was das Service kostet habe ich das jetzt erstmal verschoben der kostet nämlich so normalerweise 450 Euro wo ich mir auch denke hab dir einen Schaden ich habe mal einen Opel Asta gehabt da hat mich das 190 Euro gekostet 190 hier geht es nicht weiter ja das sehe ich raus hier klingt komisch ja aber da muss es irgendwie weiter gehen man kann von da unten da hoch bei mir sind es auch zwischen 400 und 600 Euro aber ich habe das alles im Leasing mit drin bei mir liegt das am Hybrid System ja das ist natürlich geil das ist natürlich geil man fahrt ja auch gemeint hast du noch Garantie ja was soll mir das bringen ich muss ja trotzdem bezahlen nur wenn halt Garantieteile kaputt sind dann gehen die halt auf Garantie aber ansonsten muss ich die bezahlen ach so wir müssen darunter also ich bin da mal runtergekommen weil ich gefallen bin und zwar auf der Seite ich glaube auch nicht dass ihr das schafft ich glaube auch nicht dass ihr das schafft ja da waren wir ja auch oh hier Samen Kaktusball ja da haben wir doch aber auch schon oh I remember aber wir haben die Abkürzung freigeschaltet da war doch aber auch nur die Viecher da die beiden großen Dinos war das hier der Weg und ja hier war ein Dingens sonst ist doch nix naja ja da mussten wir hier lang mussten wir hoch rennen das war auch ganz cool was ist das eine Höhle war das hier was ist das verwinkelt hier kommt so vor wie eine Winkelgasse naja aber hier ist nix oh wie blöd ist das denn wenn man da nicht mehr die Gerüchte mal eben machen kann droid 9 dreiviertel oder was jawohl dreiviertel zertrümmert so das Ding geht nicht gibt es sonst Möglichkeit da hochzukommen ne Zug ich muss aber irgendwie da rüberkommen show me naja es gibt nur diesen diesen einen Weg hier zerbrechliche Struktur das ist mir schon klar das muss ich vielleicht warte mal hier waren die Viecher ne da drin mitkommen ich probiere es mal von da oben da drin so gehen wir mal gucken immer gucken was es hier gibt sterben das ist langweilig richtig schnipp kommen jetzt sind das ist ein seil sonst ist hier nichts sind wir denn jetzt gelandet hallo ich schieße wo soll ich denn hin mit den dingern kommt weg sind sie die kugel dann holen wir mal eben oder drüben ist was maximale macht hat sich erhöht macht ja nichts ja das ist der fahrstuhl den wir von unten nicht holen konnten da geht es dann darüber was ist hier ich kann tote menschen sehen und go rocco materialchen flawless victory das habe ich doch von weitem schon gesehen das ding hier kann ich schmeißen und hinschmeißen warum sollte ich den schmeißen da wartet schon länger auf besuch in der hölle ja kann man so sagen hoffentlich brauchen wir ihn nicht können eigentlich auch mal das chatfenster wieder aktivieren genau genau ich glaube ich nicht dass ich mich nicht habe ich mich nicht ich bin ich nicht habe ich mich nicht habe ich mich nicht habe ich mich nicht habe ich mich nicht